Hallo und Willkommen zum Black Spray Tisch Giga-Mitglied. Und dann geht's gleich schon los. Und was für ein Blitzstart für Team Blau. Und was macht der da? Das ist verboten! Das ist verboten! Das ist verboten! Und was macht der da? Ein sensationelles Tor! Für die blauen Schalter gegen die Stoffe. Da steht es 3 zu 0. Wir spielen bis 10. Und das schlägt der Revalbiere nicht aus. Das wird er tun! Er überlegt! Er spielt! Und da hat der Torwart eine klasse Reaktion. Der spielt noch ins Kameleck. Aber der Torwart ist ja noch da. Und da hat er das 3 zu 1. Das sieht bitter für Schalke mit 4. Aber das geht halt so im Fußball. Der Torwart eine klasse Reaktion. Der Torwart eine klasse Reaktion. Und blitzschnell steht schon right to try. Was können wir tun? Die Bayern stehen jetzt auf Offensive. Auf Angriff stellen sie. Und das werden sie auch tun. Es gelingt ihnen! Und wie ist ihnen denn gelingt? Der Torwart eine klasse Reaktion! Und dann ist sie nicht auf die Schalke! Aber da macht der Abwehrspieler das 4 zu 2! Und noch ein... ...und ein... ...und ein... Anstoßgleich das 5 zu 2 ist! Und was sei denn? 5 zu 2! Man liegt die Torwart! Das müssen die Nummer... ...in der Challenge gesehen! Also spulen sie im Videonummer zurück. Und schauen, wo ist diese... ...selt dazu schnelle Szene Nummer 1! Und der Spieler hat schon das 7 zu 3 erzielt! Und der ist zu dumm! Da hat er einen Fehler gemacht! Einen riesigen Fehler! Einen riesigen Fehler! Und... ...und... 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 ...wasch! Ein Fail! Er schießt hier in die falsche Richtung! Da los! Da bin lieber her! Links! Nicht rechts! Und da steht es 9 zu 2! Bis zum nächsten Mal! Obwohl, ich hab hier noch ein Tor! Also meine Liebenzuschaff! Schreibt sie doch nicht aus! Es ist mir nicht vorbei! Das ist legendäres Spiel! Es könnte sich noch alles entscheiden! Es steht 9 zu 3! Boah! Er wird es wahrscheinlich noch aufholen! Er wird es noch schaffen! Er wird es noch schaffen! Er schafft es noch! Boah! Ich glaub's nicht! Das sieht aus, als ob der Rote noch gewinnen würde! Der Rote... Die Rote... Mannschaft! Wird es wahrscheinlich noch schaffen! Auch als Bayern genannt! Und der Torwart ist 1 zu 0! Der Schalke schießt 2 mal drauf! Der Torwart paniert aber! Da ist er zu behindert, den Ball zu trafen! Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was ist da? Und das 10 Zoll! Und... Jetzt... Ablau! Das war's von unserem ersten Edgeplay! Wir hoffen es hat euch gefallen! Daumen hoch! Abonnieren! Favorisieren! Und... Ciao!